Wenn wir hören, dass Regierungen, dass Regierungen, dass grösste Konzerne in der Welt sich vergreifen an unseren Nahrungsmitteln, wenn so etwas bezeugt wird, Regierungen, ganze Konzerne, grösste Welt, grösste Konzerne, dass die sich nach unseren Nahrungsmitteln ausstrecken, um diese Nahrungsmittel zu beherrschen, wollen wir etwas hören darüber oder nicht? Wenn wir weiter hören, dass eine umfängliche Nahrungsmittelkontrolle stattfinden soll, eine umfängliche Nahrungsmitteldiktatur, interessiert es uns? Wie umfänglich? Ja, seht ihr? Und das Dritte, was wir beim ersten Vortrag erwarten können, sage ich, und wenn wir dann in diesem Vortrag hören, dass es diesen Grosskonzernen oder Staaten, wer immer es dahinter steckt, dass es ihnen um weit mehr geht als nur Gewinnoptimierung, dass es ihnen darum geht, etwas zu reduzieren, nämlich Bevölkerung zu reduzieren. Interessiert uns, welche Bevölkerung hier reduziert werden soll? Gehören wir auch dazu? Interessiert uns das oder nicht? Okay, okay. Wenn uns all das interessiert, dann haben wir genau die richtigen Referenten. Jetzt darf ich euch mal nach oben bitten. Man hat uns den Vorwurf gemacht, jetzt im Internet beginnt das, in Wikipedia und so weiter beginnt man uns den Vorwurf zu machen, wir hatten inkompetente Leute hier. Und ich zeige euch jetzt mal, was für inkompetente Leute hier sind. Ich darf vorweg, Major General Albert N. Stubblebein, der Dritte, darf ich euch vorstellen, bitte kommen Sie mal nach oben. Wisst ihr, was das für ein Mann ist? Von der US-Armee, der Dritthöchste in der ganzen USA, sprich, über ihm gibt es nur noch zwei, über ihm gab es nur noch zwei, die höher waren als er, der absolute General von der ganzen Armee. Der USA ist er heute kompetent genug? Er war Major General, während 32 Jahren hat er diese, nicht, ich fragte ja, welche Abteilung, Fliegertruppen, nein, übergreifend, Gesamtarmee von Amerika hat er geführt als Major General, hat den Gesamtgeheimdienst, den Gesamtgeheimdienst der US-Armee, CIA, NSA und all das geleitet. Hört mal, ist er kompetent genug? Heute ist der Präsident der Natural Solution Foundation, Stiftung, ist er heute Präsident, also er ist heute im Ruhestand. Das ist der Begleiter von unserer eigentlichen Referentin, hier haben wir Dr. Rima Lebo, sage ich das richtig? Herzlich Willkommen aus den USA, Sie werden diesen Vortrag zusammenhalten. Dr. Rima Lebo graduierte 1970 am Albert Einstein College of Medicine, machte sie den Doktor, praktiziert seither 35 Jahre, praktische, natürliche Medizin, untersucht die Auslöser von degenerativen und chronischen Krankheiten und behandelt die Probleme, nicht die Symptome. Im Gegensatz zu den üblichen Ärzten behandelt sie die Probleme, nicht die Symptome, und zwar mit Nährstoffen und anderen natürlichen Optionen. Kann es sein, dass sie kompetent genug ist für uns? Sie ist Mitbegründerung der Natural Foundation und kämpft leidenschaftlich für das Recht der Bürger, über ihre eigene Gesundheit entscheiden zu dürfen. Sie werden jetzt über das Thema Codex Alimentarius, die Lebensmittelkontrolle, Dinge, von denen wir sagen, wow, warum hat man uns nie was gesagt, die Medien schweigen darüber. Also lasst sie uns reden, wenn die Medien schweigen, dann wird AZK schreien. Herzlich willkommen. First and foremost, I want to thank Ivo for inviting us here to allow us to present to you all some of the things that you need to know that are taking place in this world that need to be looked at very hard and need action. you are not going to like everything that I say right now. Er möchte sich zuallererst bedanken bei Ivo für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen und es geht um ein Thema von unglaublicher Bedeutung und er hat schon mal vorher angekündigt, dass einige der Dinge, die Sie hören werden, werden Sie nicht gerade glücklich machen, aber die Dinge müssen gesagt werden, um eben dann das Problem zu lösen. Er verbrachte 32 Jahre seines Lebens damit, in der US Army die Freiheit und die Verfassung zu verteidigen. Ich bin sehr, sehr enttäuscht darüber, dass mehr und mehr dieser Freiheiten uns weggenommen werden. I told you you would not like everything that I have to say. How many of you like war? Wie viele von Ihnen mögen Krieg? Let me see the hands of those people who like war. Wer Krieg mag, der hebe bitte seine Hand. Heute befinden wir uns alle bereits in einem Krieg. Dr. Leibow will go through the process of showing you and proving to you that that's where you are today and giving you solutions for what we need to do. Dr. Leibow wird Ihnen erklären, und belegen, wie wir in diesem Krieg reingeraten sind, wie wir drinstecken und vor allem auch die Lösungen, wie wir da wieder rauskommen. Speaking of war, it should always be the last choice, not the first. Krieg sollte immer die allerletzte Option sein, nicht die erste. And you learn that very quickly when you deliver a son back to a grieving mother. Wenn man die Leiche eines gefallenen Soldaten zu den Eltern zurückbringt. If you're in a war, you must pay attention to principles of war. Wenn man sich in einem Krieg befindet, muss man die Prinzipien des Krieges kennen. And the principles of war for every country's military go back to the second or third century BC by it with a individual called Sun Tzu who wrote the art of war. I'm not going to discuss all of them, but I do want to discuss two. Every country has a slightly different set. They vary from 9 to 10 to 11 to 12 principles. But every country has a set of principles of war. Jedes Land unterscheidet sich leicht. Manche Länder wenden mehr von diesen Grundlagen des Krieges an, manche weniger. Aber jedes Land hat eine gewisse Liste an diesen Prinzipien und Grundlagen. The first objective. Das erste Ziel. After 9-11, the objective of the United States was get bin Laden, get bin Laden, get bin Laden, get bin Laden. Das erste Ziel nach 9-11 für das West-Militär war schnappt bin Laden. So we went to war in Iraq where bin Laden was, correct? Also zogen wir in den Krieg gegen den Irak, wo sich Osama bin Laden angeblich befand. So here's the principle. Hier folgt das Prinzip, die Grundlage. We get bin Laden, objective. Get bin Laden. Wir holen uns, wir schnappen uns, bin Laden. Here's Iraq. Hier ist Iraq. Do we think we were on the objective? No. War das das korrekte Ziel? War das akkurat? Nein. Nein. 9-11. 9-11, correct. The next principle that I want to talk about is mass. Das zweite Prinzip ist die Masse an Kriegsgerät Soldaten. Where does mass come in? Right out there in the audience. We need your voices. Es heißt, nicht nur die Armee hat viele Soldaten und viele Leute. Wir haben eine große Anzahl an fähigen Leuten und wir müssen aktiv werden. We need your voices, your friends' voices, your friends' friends' voices, your friends' 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 voices. Wir brauchen ihre Stimmen, die Stimmen eurer Freunde, die Stimmen der Freunde eurer Freunde und so weiter und so weiter. All of your voices in a mass to come down at the right place, the leverage point and change the world. und die Welt verändern können. Dr. Lebo. Thank you. Thank you for inviting us here. Thank you for sharing your story, Ivo. Our hearts go out to you. We also are the target of disinformation. Terrible things are said about us on the internet and elsewhere. Because we're effective. If we were not effective and by we, I mean all of us, we would not be the target of disinformation. Ich möchte mich zuallererst bei dir bedanken, Ivo, für die Einladung und für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Und sie möchte dich auch danken für die einleitenden Worte, die du gesagt hast, über deine Erfahrungen, wie du halt eben dann bekämpft worden bist. Und sie meinte eben, sie hat ähnliche Erfahrungen gemacht und möchte halt jetzt dann eben auch erklären, wie das eben dann zustande gekommen ist. So I want to agree with everything that Ivo said except one thing. Ladies and gentlemen, dear children, dear, dear children, we are the mainstream. and we are not so much of a minority as we think we are as the people who control the general communication system want us to think that we are. have you ever heard of the internet? Have you ever heard of the internet? On the internet, we are the mainstream. Im internet sind wir the mainstream. And it is our responsibility to spread that stream wider and wider and wider because truth rings in the heart like a bell and we are the bell ringers. And part of the bell was here on stage. The music, the voice, the guitar, the violin. We will not win these truth battles without music. I've been saying that for decades and I was joined to my soul to hear young people singing the truth ringing the bell and I want to thank all of you. Let me give you the bottom line first. The bottom line comes from the Bible. It says and the truth shall make you free. Now, I have a lengthy slide presentation to show you. It's got 11,654 slides. And it will be on the internet and it will be on the DVD. So we're going to race through some of those slides. But before I begin the PowerPoint presentation, I want you to understand something that I understand. You may already know this. You're going to hear about different topics that are censored. They are all the same topic. They are all part of a war against truth and a war against your survival and mine. There are two websites that I want you to memorize and burn into your consciousness or maybe write them down. because the steps for reclaiming our food freedom and assuring our survival will come to you through those channels. the first is globalhealthfreedom.org and you can see it there. the second is infokrieg.tv Alex's site Alex's wonderful site The second is infokrieg.tv We have already a three-hour interview with you. We have already posted the first hour as a translated transcript. We are already ready to verify that you can see it on the website. So what are these people talking about? General Stubblebine and Dr. Lebo. Why are they up here talking about war and survival? Because we are talking about We are talking about weaponized food food designed to kill you. And I use those words very seriously. But don't feel special. You're not alone. You're part of 90% of the human race that is designed to die. The Natural Solutions Foundation is a not-for-profit government-free industry-free foundation. not-beloved of the United States. We're also registered in Panama where we have an eco-demonstration project designed to teach how to reclaim food. Ein Teil der Stiftung befindet sich in Panama und sie haben verschiedene Projekte, die Kontrolle über die Nahrungsmittel zurückholen sollen. We have three trustees, two are here today. Our mission protect, defend, extend health and health freedom. A slave is a person whose body is owned by someone else. If the government decides what you may eat, if the government decides what you may know about food and health and if the government decides what must go into your body or may not you are a slave. And you understand when we say government we're talking about the world government which for the moment seems to be divided up into countries. food equals the control of who lives and who dies. Nahrungsmittel bestimmen wer lebt und wer stirbt. War, politics, Empire and racism all use food as a weapon. Sowohl Krieg als auch Politik, Imperium und Rassismus sind alle verbunden mit Nahrungsmitteln. I don't know if you can see the illustration it says more of us fewer of them and all of the people on the right side are white imperialists and everybody else is on the other side. But surprise, surprise, we're on the left hand pan now. We here befinden us the side on the link side of this graph and it says here more from us and less of them. Thomas Malthus wrote an essay on the principle of population a long time ago and he said the three principle tools of population control are war, famine and disease. Thomas Malthus schrieb im Jahr 17 98 einen Aufsatz über das Prinzip der Bevölkerung und er definierte eben die Grundprinzipien für Bevölkerungskontrolle als Krieg, Hunger und Krankheiten. Famine and disease are food related. War is also food related. Hegel said what has happened and is happening every day is the work of God. In other words you can rationalize any evil and call it divine intention. Der Philosoph Georg William Hegel sagte in 1837 das was geschieht und was jeden Tag geschieht ist das Werk Gottes und man kann mit diesem Sätzchen alles rechtfertigen was man möchte. Man kann versuchen es damit zu rechtfertigen aber das heißt nicht dass es auch stimmt. Margaret Sanger Planned Parenthood was one of my heroes. I thought she was an incredibly brave doctor who brought truth to the world like Margaret Sanger ein Vorbild is und sie erschien mir damals wie eine Heldin eine Kämpferin für Informationen I did not know that she was a genocidalist supported by Rockefeller that's John D. Rockefeller and the others she den Völkermord befürwortet und unterstützt wurde von John D. Rockefeller Margaret Sanger ist mittlerweile nicht mehr ein Vorbild für mich denn sie forderte öffentlich die Eliminierung von menschlichem Unkraut sie forderte dass wohltätige Handlungen eingestellt werden denn diese wohltätigen Handlungen verlängern das Leben der ungeeigneten Menschen der unwerten Menschen sie forderte eben auch die Abtrennung von den fähigen Menschen von den Unfähigen und sie forderte auch dass die Leute die sich nicht anpassen wollen dass sie ebenfalls abgetrennt werden vom Rest der Gesellschaft und Margaret Sanger forderte die Sterilisierung die Unfruchtbarmachung von genetisch minderwertigeren Rassen Ich weiß nicht wie sie zu dem Thema stehen die Kontrolle einer Frau über ihre Fortpflanzung Aber wir machen einen klaren Unterschied zwischen den Zwangssterilisationen und der persönlichen Entscheidung einer Frau Margaret Margaret Sanger ist die Gründerin der Organisation Planned Parenthood heißt so viel wie geplante Elternschaft Diese Organisation hat Kliniken die sich auf sogenannte Bevölkerungskontrolle spezialisieren in der Regel geht es hauptsächlich um Abtreibungen und viele von diesen Kliniken werden gezielt in Vierteln aufgemacht wo halt eben Minderheiten leben in Amerika vor allem die Afroamerikaner Margaret Sanger im Laufe ihrer Karriere unterstützte Hitlers Traum der Dominanz der Vorherrschaft der arischen Rasse und sie folgte dieser ganzen Philosophie Bertrand Russell believed in the same Bertrand Russell hatte ähnliche sehr ähnliche Vorstellungen Viele von diesen Leuten befürworteten eine Bevölkerungsreduktion weltweit auf einen Stand von zwei Milliarden Menschen auf der Welt und die Frage ist natürlich es wird immer der Begriff genannt für einen nachhaltigen Planeten also einen tragfähigen Planeten Frage ist tragfähig für wen Ich höre ein Wort ich weiß und finde ich kann weiter Sorry Okay Many famous people like Sir Francis Crick of Watson and Crick who discovered DNA believe that we must create widespread infertility ein 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 Wissenschaftler nämlich der Nobelpreis gewinner Sir Francis Crick einer der Entdecker der DNA meinte sie müssen die unfruchtbarkeit fördern for instance fluoride in water it's not really good for your teeth it's very bad for your bones creates all kinds of neurological problems but it helps to make you infertile die die Substanz fluoride die unter anderem in den farnigten Staaten ins Trinkwasser gegeben wird ist auch in eurer Zahncreme drin aber das fluoride in dem Trinkwasser schützt nicht eure Zähne sondern es führt auf Dauer zu Unfruchtbarkeit es verursacht neurologische Probleme macht die Leute passiv und tractable so you will agree to anything der Stoff macht die Leute eben so schwach dass sie eigentlich sehr leicht handzuhaben sind durch die Obrigkeit skip this Henry Kissinger anybody here ever hear of Henry Kissinger Henry Kissinger in the year 1974 wrote a secret document in which he said that America's first objective in foreign policy must be the reduction of population in the third world Henry Kissinger verfasste im Jahr 1974 ein geheimnis Dokument ein Plandokument und in diesem Dokument forderte er dass es das primäre erste wichtigste Ziel der US-Außenpolitik sein soll die Bevölkerung in der dritten Welt zu reduzieren die Vereinigten Staaten bestimmen zum Großteil die Nahrungsmittel Politik auf der Welt und seit 1974 wurde eben die Bevölkerungsreduktion in der dritten Welt zu dem Hauptpunkt der amerikanischen Außenpolitik gegenüber der dritten Welt ich werde nun ein paar von diesen Zitaten überspringen ihr findet diese Zitate im Internet und auf DVD da könnt ihr die Zitate nochmal genau durchlesen In einem der Dokumente gab Henry Kissinger zu, dass da nicht genügend Nahrungsmittel existieren um die ganze Welt zu ernähren aber er meinte, trotzdem sollte eben diese Politik der Bevölkerungsreduktion weitergeführt werden Ah, the best part however it says if all these terrible things happen famine and depopulation or if there's when cataclysm occurs it might damage our humanitarian values unless we depopulate the world this is profoundly crazy also es wurde dann argumentiert von Kissinger dass es es besser für die Welt ist wenn halt eben die Bevölkerung reduziert wird denn ansonsten kämen ja diese Katastrophen wie Hungersnöte okay many people believe that the optimum population of the planet must be 80 to 90 percent lower than it is now including the World Health Organization and the United Nations viele Individuen und Organisationen wie zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisationen und andere wie die Vereinten Nationen glauben, dass die optimale Bevölkerungszahl auf dem Planeten ungefähr 10 Prozent des jetzigen Standes sind die population tools include war famine disease and infertility vaccines which have been developed and used by the World Health Organization since 1974 die Werkzeuge der Bevölkerungsreduktion beinhalten Krieg beinhalten die Sterilisationen durch unter anderem Impfstoffe die explizit designt wurden unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation um Leute unfruchtbar zu machen also Hungersnöte Krieg Impfstoffe alles Werkzeuge der Bevölkerungsreduktion just as an aside because we're talking about food today in 1985 the World Health Organization carried out a smallpox vaccination program in im Jahr 1985 führte die Weltgesundheitsorganisation ein Impfprogramm durch in Afrika and it said that the purpose of the program forgets smallpox Es hieß eben das eigentliche Ziel dieses Impfprogramms in Afrika ist nicht der Schutz vor irgendwelchen Krankheiten wie Pocken It said in black and white in writing that the purpose of these vaccines which create infertility was to eliminate and I quote 150 million excess sub-saharan Africans Es hieß schwarz auf weiß in klaren Worten dass das Ziel dieses Impfprogramms nämlich die Eliminierung war von 150 und das ist ein Zitat sogenannten überschüssigen Afrikanern im Sub-Sahara-Bereich unter der Wüste 150 Millionen sogenannte überschüssige Afrikaner sollten eliminiert werden In den Philippinen wurde die Weltgesundheitsorganisation von den Gerichten verurteilt Das Gericht hatte geurteilt dass eben dieses Programm in den Philippinen dazu gedacht war um drei Millionen philippinische Bürger zu sterilisieren Also wenn Sie denken dass es sich hier um Verschwörungstheorien dreht dann sollten Sie nochmal drüber nachdenken Das Werkzeug für Bevölkerungskontrolle und Bevölkerungsreduktion über das wir heute sprechen ist Nahrungsmittel Jeder von uns muss essen Und wenn unser Essen giftig wird dann sterben wir dran Und wenn diese vergifteten Nahrungsmittel vergiftet wurden durch Substanzen oder durch Prozesse die sehr viel Geld einbringen für die Konzerne dann ist nicht nur der Fall dass wir dann schon sterben sondern wir sorgen auch für gewaltige Profite dadurch Wenn die Nahrungsmittel so entworfen wurden dass sie diese chronisch-degenerativen Krankheiten auslösen bei uns Also warum also warum geben wir unseren Kindern diese Nahrungsmittel warum essen wir diese Nahrungsmittel selber wenn wir dadurch diese feudalen Aristokraten diese Oberschicht halt eben dadurch fördern So how did this happen? Why do I have the words Big Pharma and US under food as a tool of depopulation? Warum steht nun hier Big Pharma also die großen pharmazeutischen Konzerne und USA hier unter dem Oberbegriff Nahrungsmittel? Here's why Folgendes ist der Grund Who has heard of Codex Alimentarius A few hands Codex Alimentarius means food rules and indeed food does rule Codex Alimentarius bedeutet so viel wie die Gesetze über Nahrungsmittel und sie hat jetzt ein Wortspiel angeführt das ist schlecht zu übersetzen aber es geht darum dass Nahrungsmittel eben einen sehr sehr wichtigen Stellenwert haben natürlich Der Begriff Codex Alimentarius geht zurück bis in den Bereich von 1897 bis 1911 in dem Österreich also in Österreich Ungarn da wurden eben schon diese Standards gesammelt und akkumuliert und man war dann schon sehr sehr fortgeschritten mit diesen Gesetzen Now let's go to almost modern history Bewegen wir uns vorwärts in fast die neuere Geschichte Has anybody here heard of the Second World War? Hat irgendjemand schon mal von dem Zweiten Weltkrieg gehört? Okay And have you heard of IG Farben? Ist Ihnen der Name IG Farben bekannt? Of course you have And you know very well probably better than I do because Americans don't study this history unless they have to Because Amerikaner diese Geschichte in den meisten Fällen gar nicht lernen außer wenn sie es müssen wissen Sie wahrscheinlich besser Bescheid über Konzerne wie IG Farben oder Konglomerate wie IG Farben that there was a man named Fritz Termier who was the head of Bayer Pharmaceutical we say Bayer Bayer Fritz Termier war eben der Vorsitzende von IG Farben und diesem Pharmazeutik Konglomerat also man nennt es auch Bayer Man bot ihm eben diese Führungsrolle an bei IG Farben Also die Frage sollte die man stellen sollte ist warum wurde ausgerechnet jemand aus der Pharmaindustrie ausgewählt um eben dieses Konglomerat IG Farben anzuführen except to remind you that properly used Pharmaceuticals are the leading cause of death sachgemäß angewandte Medikamente sind der höchste der meisten auftretende Todesgrund in den entwickelten Ländern kein Zufall Fritz Termier went to jail along with 26 other IG Farben executives following the Nuremberg War Tribunals nach den Kriegsverbrecher Prozessen in Nürnberg traf sich dann Fritz Termier mit 26 weiteren ehemaligen Managern aus dieser Industrie sie verbrachten weniger als vier Jahre im Gefängnis nach seiner kurzen Haftstrafe hat er sich einen neuen Anzug besorgt einen neuen Haarschnitt und ging wieder zurück an die Arbeit Das Essen im Gefängnis muss ziemlich schlecht gewesen sein denn ihm kam dann ein sehr sehr zentraler Gedanke als er im Gefängnis war Er ihm kam der Gedanke wir hätten gar nicht all dieses Material und diese Arbeitskraft einsetzen müssen mit den Zügen und den Lagern all we needed was to control the food oh my wir hätten einfach nur die Nahrungsmittel kontrollieren müssen das hätte gereicht and so he called together the other people who had been in jail with him also kontaktierte er die Leute die mit ihm im Gefängnis waren who were pharmaceutical executives alles alles leitende leitende Manager von Pharmakonzernen now once again running the newly independent companies that had been broken out of IG Farben und diese ehemaligen ehemaligen leitenden Manager waren dann die neuen leitenden Manager in der Industrie und er meinte Leute wir schreiben einfach jetzt einen Brief an die Vereinten Nationen und er meinte lasst uns den Vereinten Nationen empfehlen dass wir die Kontrolle übernehmen über die Nahrungsmittel auf der Welt Hot Dog so to speak was für eine geniale Idee und so that letter was written and Fritz Termeer took that letter to the United Nations 10 years 10 years later which is no time in the world of bureaucracies 10 years later was keine sehr lange Zeitdauer darstellt in Bezug auf diese Bürokratien the United Nations creates Codex Alimentarius Commission also die also die im Jahr 1962 10 Jahre nach dem Brief schufen die Vereinten Nationen dann die Codex Alimentarius Kommission jointly run and funded by WHO and FAO und diese Kommission war gegründet worden und wurde finanziert von der Weltgesundheitsorganisation und der FAO das ist die Nahrungsmittel und Landwirtschaftsorganisation the next year Codex begins its work ein Jahr später begann Codex die Kommission ihre Arbeit and nobody paid any attention und niemand hat sich wirklich niemand außerhalb dieses Zirkel hat sich groß dafür interessiert it was an activity of bureaucrats it had no teeth nobody cared das was diese Bürokraten getan haben hat wenig Interesse erregt und keiner dachte dass diese Entscheidungen entbinden sind until 1994 when the World Trade Organization was created and the World Trade Organization adopted Codex as presumptive evidence in settling food related trade disputes die Welthandels Organisation übernahm dann Codex als die argumentative Grundlage für Rechtsstreitereien in Bezug auf Nahrungsmittel und now Codex has a stick a big stick called Trade Sanctions und ab diesem Zeitpunkt hatte Codex eben ein Druckmittel nämlich die Sanktionen die Handelssanktionen der Welthandelsorganisation and and suddenly people are paying attention to Codex Alimentarius and ab dann begannen Leute eben Codex Alimentarius ernst zu nehmen and the United States announces that it will harm harmonize and I in English can emphasize harm die Ankündigung die Ankündigung der Vereinigten Staaten war dass sie das Land die Vereinigten Staaten harmonisieren wollen also das ist ein sehr sehr beliebter Begriff harmonisieren gemäß Codex und das ist ein englisches Wortspiel harmonize der erste Teil von dem Wort ist in Großbuchstaben to harm bedeutet auch schaden jemandem schaden wer wurde aufmerksam auf Codex Alimentarius die großen Konzerne wir haben eben die großen Pharmakonzerne die Chemie Konzerne die Konzerne die sich beschäftigen mit dem Landwirtschaftsbereich dann die Konzerne die sich beschäftigen mit dem Biotechnologie Bereich und die Konzerne die sich mit Medikamenten beschäftigen und alles was diese großen Konzerne haben möchten die Vereinigte Staaten gibt sie weil die Vereinigte Staaten ist der 5.000 lb Gorilla im Affenkäfig followed followed by its friend Gorilla the EU und der etwas kleinere dominierende Affe in dem Käfig ist die Europäische Union und die rest of the Gorilla Band the other industrialized nations dann haben wir noch die noch kleineren Äffchen die sind dann die ganzen Länder in den Westen Codex Alimentarius I've told you it's a UN commission and it controls food and this should scare you silly it controls food from farm to fork die Codex Alimentarius Kommission wird geleitet durch die Vereinten Nationen was euch einen richtigen Schauer über den Rücken jagen sollte die Codex Kommission wird eben finanziert von der Weltgesundheitsorganisation und der Nahrungsmittel und Landwirtschaftsorganisation und einer der Grundsätze von dieser Kommission ist die Kontrolle über Essen vom Bauernhof bis hin zur Gabel also die gesamte Produktionskette will kontrolliert werden Codex is a lie they claim to be science based they are not they claim to be consensus based and I can tell you as someone who sits in Codex meetings consensus means whatever the chairman has predetermined with the United States and big pharma Codex behauptet außerdem, dass sie ein Fundament haben der Zustimmung, dass halt dieser große Konsensus eben existiert und sie als jemand, die zu diesen Codex treffen reist, weiß eben, dass es das Thema eben nicht so ist. Also der Konsensus existiert eben nicht. Die Vereinigten Staaten setzen halt eben durch, was sie durchsetzen möchten. Warum sind die großen Pharmakonzerne so interessiert an dem Thema Nahrungsmittel? Very simple. Healthy people eat healthy food. Sehr simpel. Gesunde Menschen essen gesunde Nahrungsmittel. Und diese Leute sind in der Regel keine guten, keine cleveren Kunden. But sick people are eating sick food. Kranke Leute essen eben krankmachende Nahrungsmittel. Und das sind hervorragende Kunden für die Konzerne. Wenn man die Absicht zum Völkermord, zur Bevölkerungsreduktion verbindet mit Konzernen, die sich beschäftigen mit Nahrungsmitteln und Medikamenten, dann haben wir eine ziemlich gefährliche Mischung. Supposedly it's voluntary. Countries don't have to go along with it. Es wird behauptet, dass Kodex freiwillig wäre. Für die einzelnen Nationen. WTO benutzt Kodex, as I told you, as a presumptive standards and can impose crippling trade sanctions. Wie ich gesagt hatte, benutzt die Welthandelsorganisation Kodex, als argumentative Grundlage. Und deshalb kann die Welthandelsorganisation eben dann gegen die Abweichler Sanktionen durchsetzen. Und schwächere Länder, schwächere Wirtschaften können diese Sanktionen nicht lange aushalten. So, what does Kodex do? Who cares? Kodex covers all food for humans and animals. Kodex definiert Standards für sämtliche Nahrungsmittel, sowohl für Menschen als auch für Tiere. Kodex in a nutshell. Genocidal Business Math 101. Kodex, kurz zusammengefasst, ist das Geschäft des Genozids und die einfache geschäftliche Vorgehensweise. Wie verdiene ich? Big Pharma generates more money than any other industry in the world. Die pharmazeutische Industrie generiert, oder hat mehr Profite als jede andere Industrie auf dem Planeten. I told you, healthy food makes healthy people. Wie ich gesagt habe, gesunde Nahrungsmittel führen zu gesunden Leuten. Healthy customers, bad for business. Gesunde Kunden sind schlecht fürs Geschäft. Sick food, sick people. Krank machende Nahrungsmittel führt eben zu kranken Leuten. Good customers for big pharma. Die kranken Leute sind dementsprechend hervorragend für die Konzerne, hervorragende Kunden. Okay. The best thing is sick people, sick as long as possible, generating as many profits as possible, and then as dead as possible. Kranke Leute generieren eben sehr, sehr viel Profit, und dann sterben sie einfach. That's pretty obvious. Sie sehen hier die mathematische Grundlage des Genozids. Nahrungsmittel müssen so weit verunreinigt und kontaminiert sein, dass es den gewünschten Effekt hat. Unter Codex sollen alle natürlichen Optionen im Bereich Ernährung und Gesundheit eliminiert werden. And that is part of the war on you. If you can only take drugs, your bodies belong to the state. If you cannot take herbs, if you cannot take homeopathy, if you cannot choose other options, you are slaves and you are slated for extinction. Wenn man keine Wahl hat, welche Kräuter oder Nahrungsmittel oder Medikamente man zu sich nimmt, dann ist man ein Sklave dieser Regierung, die über uns entscheidet. Now, remember I told you that Codex was voluntary and that countries don't have to go along with Codex? Ich hatte erwähnt, dass Codex angeblich freiwillig ist und die Länder Codex nicht unbedingt folgen müssen. With the exception of genetically modified food, the EU backs the US on everything it wants. Bis auf die genetisch modifizierten Nahrungsmittel unterstützt die Europäische Union alles, was Amerika vorgibt. I can tell you, as an environmental physician, which is one of my trainings, als eine Ärztin, die natürliche Medizin praktiziert, that the level of pesticides and contaminants and other verseuchende Stoffe and other ways to make food unwholesome und weitere Methoden, um diese Nahrungsmittel eben zu verschlechtern. Which Codex allows Codex gestattet will kill you and your children. Ich kann Ihnen also versichern, als Medizinerin, die natürliche Medizin praktiziert, dass all diese Methoden, die Codex gemäß sind, dass sie eben die Leute eben krank machen und dass die Leute dann irgendwann sterben an den Nahrungsmitteln. That's what it's intended to do. Das ist die erklärte Absicht. Oh, she can't be correct. Surely she's exaggerating. Oh, sicherlich muss ich, dass sie übertreiben. We know that high-potency nutrients, such as we in the United States are permitted for the moment, are under severe attack here in Europe. In den Vereinigten Staaten haben wir hochdosierte Vitamin- und Mineralstoffpräparate. Diese Präparate sind in den Vereinigten Staaten noch erlaubt. Und es wird halt eben mehr und mehr in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union darauf hingearbeitet, dass diese hochdosierten Präparate eben vom Markt verschwinden. Ich verwendete in meiner Tätigkeit als Ärztin 40 Jahre lang keine gewöhnlichen Medikamente. Ohne diese hochdosierten Mineralstoffe und Nährstoffe konnte ich keinen Krebs heilen, ich konnte keine anderen chronisch degenerativen Krankheiten heilen. Ich konnte auch nicht die Schäden wieder reparieren, die dann entstanden sind. Und darum geht's dann letztendlich. Die Europäische Union hat entschieden, dass sie hochdosierte Präparate wie Giftstoffe behandeln möchte. On July 4th, 2005, General Stubblebine und ich waren in der Codex-Alimentarius-Commission-Chamber while the vitamin and mineral guideline was ratified to the jubilation of the United States. Am 4. Juli 2005 war ich mit Albert Stubblebine bei einem Codex-Treffen, wo dann die sogenannte Richtlinie für Vitamine und Mineralstoffe verabschiedet worden ist. Und diese Verabschiedung wurde von der amerikanischen Delegation gefeiert. According to the estimates of organizations like UNICEF, UNESCO, the World Health Organization and the United States Government, that one guideline will kill a minimum of three and a half billion people. Billion people. Laut Entschätzungen von Organisationen wie der UNESCO, den Vereinten Nationen und der US-Regierung und anderen wird diese Richtlinie alleine mindestens drei Milliarden Menschen töten durch die Unterversorgung mit Nährstoffen. Billion. Mill-Yarden. How? Because that document, if subscribed to around the world, will guarantee undernutrition. Diese Richtlinie, wenn sie dann weltweit durchgesetzt wird und wenn sie weltweit verbindlich wird, stellt eine Unterversorgung mit Nährstoffen sicher. The World Health Organization says correctly that the preventable epidemic diseases of undernutrition, non-communicable, are the World Health Organization definiert die verhinderbaren epidemischen nicht ansteckenden Krankheiten der Unterversorgung mit Nährstoffen als die wichtigsten oder die größte Todesursache auf dem Planeten, die am häufig auftretendsten Todesursache. Cancer, cardiovascular disease, stroke, diabetes, obesity. Und diese durch Unterversorgung mit Nährstoffen ausgelösten Krankheiten, diese verhinderbaren Krankheiten, die wichtigsten davon sind Krebs, Kreislauferkrankungen, Schlaganfälle, Diabetes und Übergewicht. In my drug-free practice I treat cancer, cardiovascular disease, stroke, diabetes, obesity and many other diseases with nutrition. Ich behandle in meiner Tätigkeit als Ärztin all diese Krankheiten, diese verhinderbaren Krankheiten. Ich behandle sie mit Nährstoffen. Cancer, cardiovascular disease, stroke, diabetes and obesity are the five major killers of the industrialized world. Diese Krankheiten sind die häufigsten Todesursachen in der westlichen Zivilisation. They are also the five principal moneymakers of the pharmaceutical and medical industry. Mit diesen Krankheiten wird auch in der Industrie am meisten Geld verdient. Do you see the picture? Begreifen Sie langsam die Situation? Now, GMO. Anybody here in this room want genetically modified food? Möchte irgendjemand hier in dieser Halle genetisch modifizierte Nahrungsmittel? Of course not. Natürlich nicht. But you're getting it. Today. we're getting it. We're getting it. If you eat meat here in the European Union, the animals that you are eating have been fed genetically modified food. Wenn Sie in der Europäischen Union Fleisch essen, dann wurden diese Tiere gefüttert mit gentechnisch veränderten Futtermitteln. Unless they're organic or biologic. Es sei denn, es handelt sich um zertifizierte Bio-Schlachtung. Then they're only fed a little bit of genetically modified food. In October there was a secret meeting of 27 countries every country in the EU. High-level people met together to decide how to overcome your resistance to genetically modified food and force you to eat it. Is that okay with you? Probably not. it's not okay with me. Okay. Codex does lots and lots of bad things. Codex hat einige sehr, sehr, sehr finstere Einzelheiten und Programme. In fact, having read an enormous number of Codex guidelines and standards and having sat through many meetings, I can tell you that I know of not one thing that Codex has ever done that's good for you, the planet or your children. Now, one of the things that Codex does is it gags people like me from telling people like you about the health benefits of food and food components. Codex möchte außerdem verhindern, dass Leute, Leute wie ich, mit Leuten wie Ihnen darüber sprechen, was wirklich gut für uns ist. Codex does degrade the organic standards so that they become as meaningless as they are in the United States. Codex verschlechtert die Standards für biologische Produkte und diese Verschlechterung wird immer schlimmer und schlimmer bis dann dieser Standard Bio irgendwann so wertlos ist wie der Bio-Standard in den Vereinigten Staaten. So, Codex gives you and the EU takes everything that Codex offers it and puts it on steroids. Codex, die Europäische Union übernimmt alles von Codex und tritt dann richtig aufs Gaspedal. So, where the EU or where Codex sets up a standard for undernutrition the EU sets out the European Food Supplements Directive which is far worse than Codex requires. I would like to have you read that slide translated into German Codex offers you That was Codex uns anbietet that we from Codex letztendlich davontragen is the Entwicklung of noch more verhinderbaren Krankheiten as she jemals gegeben hat in der Geschichte Was wir auch von Codex davontragen ist dass wir von mehr Medikamenten sterben als jede andere Bevölkerung in der Geschichte Wir dürfen unter Codex auch zusehen wie unsere Kinder sterben speziell die Kinder die im Jahr 2000 oder später geboren wurden Also wir können zuschauen wie unsere Kinder sterben vor uns und unter Codex verleihen wir auch unsere Gesundheit und unsere Fähigkeit uns fortzupflanzen Ich möchte ein paar Fakten anführen über gentechnisch veränderte Nahrungsmittel um sie noch mal genauer daran zu erinnern womit wir es zu tun haben GMO foods independent science shows us are associated with the lack of human beings and animals to bear young die unabhängige Forschung hat gezeigt dass gentechnisch veränderte Nahrungsmittel zu einer verringerten Zeugungsfähigkeit führen sowohl bei Tieren als auch bei Menschen the mothers of the tiny little mice there the little mouse were fed GMO soy feed 80% of those mothers mouse pups died before they were born 55.9% of them died within three months after they were of those who survived after they were born 55.9% innerhalb of of the rat pups born to mothers fed the same diet but of non-genetically modified soy three percent died gmo gmo's cause many many deficits and problems in every system of the body Gentechnisch veränderte Nahrungsmittel verstören sehr, sehr viele Prozesse im Körper eines Menschen. And they are linked to cancer, heart disease, infertility, autoimmune disease. Great money makers for big pharma and big medica. Schlaganfälle, Unfruchtbarkeit, Autoimmunkrankheiten und diese Krankheiten generieren natürlich exorbitante Profite. And more, and more. Und es gibt noch weitere, weitere, viel, viel mehr Probleme, die verursacht werden durch diese Nahrungsmittel. Once the DNA of a genetically modified anything gets into the environment, it spreads pretty much to everything. Sobald ein gentechnisch veränderter Organismus in die Natur ausgesetzt wird, sei es eine Pflanze oder ein Tier, wird sich diese genetische Veränderung weiter verbreiten. One of the things that GMOs are linked to is forbidden seed saving. Do you understand how important that is? If a farmer cannot save seed to improve his stock and must buy seed from the seed manufacturers, our food is not ours. We are slaves eating the food of slavery. Wenn die Bauern gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen müssen, dann können diese Landwirte eben nicht neues Saatgut gewinnen und das Saatgut eben aufbewahren. Und wenn eben das nicht möglich ist, dass die Bauern ihr Saatgut selber haben und speichern können, dann führt das eben dazu, dass unser Essen eigentlich gar nicht mehr uns gehört. Sustainability is not possible if we do not have the right to eat the food that we wish. Wir können keine Nachhaltigkeit haben, wenn wir nicht entscheiden dürfen, darüber, welche Nahrungsmittel wir essen. Superbugs, Superweeds, Superpests and HIV are all associated with GMO food. Gentechnisch veränderte Nahrungsmittel werden in den Zusammenhang gebracht mit viel potenteren neuen Erregern, Krankheitserregern, mit neuem Unkraut, mit gefährlichen Krankheiten wie HIV-AIDS. HIV? Did she say HIV? Habe ich gesagt HIV? Yes, she did. And here's why. Ja, ich meine es ernst und hier ist der Grund dafür. Hier in Europa sind zwei gentechnisch modifizierte Maissorten zugelassen. Teile der modifizierten DNA wandern über das Futtermittel in die Tiere und letztlich in die Menschen, die die Tiere essen. Diese Sorten wurden in Afrika 15 Jahre lang inoffiziell, heimlich angebaut. Um diese Hybride, diese sogenannten Hybride herzustellen, braucht man einen sogenannten Promoter-Virus. Das ist eine Gensequenz, die den gewünschten Effekt haben soll, dass man eben diese DNA einbauen kann. Normalerweise verwendet man den sogenannten Cauliflower-Mosaic-Virus, heißt so viel übersetzt wie der Blumenkohl-Mosaik-Virus. Der Virus an sich, der in der Natur vorkommt, reduziert bereits die Anzahl der CD4-Zellen, wichtige Zellen im menschlichen Organismus. What is the diagnosis of AIDS based upon? HIV-AIDS. Wie diagnostiziert man HIV-AIDS? It is based on the reduction of CD4-Cells to levels where life cannot be sustained. Man misst bei den Leuten die Anzahl der CD4-Zellen und wenn diese Anzahl an gewissen Wert unterschreitet, dann geht man aus, dass dieser Mensch AIDS hat. So, are the people of Africa dying of the HIV-Virus, which has never been proven to cause disease and may not exist? Or are they dying of the MON-810 and NK-603-Corn that is their staple? Also, sterben diese Afrikaner wirklich an dem HIV-Virus, der noch nie wirklich schlüssig nachgewiesen worden ist? Oder sterben diese Afrikaner in Wirklichkeit an diesem Mais, MON-810 and NK-603? Or are they dying of a combination of under-nutrition, which you remember from my talk earlier, and the Cauliflower-Mosaic-Virus? Oder wird eben diese AIDS-Epidemie begünstigt durch die Unterversorgung mit Nährstoffen einerseits und diesen Cauliflower-Mosaic-Virus? Eines der Geschenke an uns von der Pharma-Industrie, den Vereinigten Staaten und CODEX. Now, what can we do about it? I'm going to skip the many other things associated with GMOs, because either you know it, or you can come back and find out more. Ich überspringe ein paar Informationen über gentechnisch veränderte Organismen, denn sie können sich diese Informationen nachher nochmal beschaffen und studieren. CODEX is being applied in Europe against the laws, as I understand them, of Europe. CODEX wird in der Europäischen Union durchgesetzt, widerrechtlich. And against the precautionary principle, which says, if it's dangerous, you can't use it. Und es werden eben diese Grundprinzipien missachtet. Das Grundprinzip, wenn es schadet oder schaden könnte, soll man es normalerweise überhaupt nicht erst in den Markt einführen. That's true of the irradiation, the pesticides, the GMO, and all the other contaminations of food. Diese Missachtung dieses Prinzips findet man auch bei diesen Bestrahlungsmethoden von Fleisch und anderen Nahrungsmitteln. Man findet sie in ganzen anderen Bereichen. But don't worry, we're going to fix it together. Aber wir zusammen werden dieses Problem lösen. Okay. Wir können es schaffen und wir müssen es schaffen. Now, I'm going to skip the technical part about CODEX. It goes on and on. And I'm going to tell you very briefly that the Natural Solutions Foundation created the international decade of nutrition to demonstrate how it's possible to solve this problem. Ich überspringe jetzt ein paar Details von CODEX, die Einzelteile über Nahrungsmittelkennzeichnungen und so weiter. Und ich möchte jetzt eingehen auf ein Projekt der Natural Solutions Stiftung. Das Projekt ist das internationale Jahrzehnt der Nährstoffe. Now, with a problem that's complex, the solutions are complex, but doable. Das Problem ist sehr komplex, deshalb ist auch die Lösung komplex. Aber es ist zumindestens erreichbar. So we must, among other things, change the political process and control it. And we must reclaim the production of food globally. Wir müssen die Kontrolle zurückerobern über das politische Vorgehen. Und wir müssen die Kontrolle uns zurückerobern über die Nahrungsmittel selbst. But you weren't busy this week, were you? Aber Sie waren diese Woche nicht damit beschäftigt, die Kontrolle über Nahrungsmittel zurückzugewinnen. Whoops, that says beyond organic, biodynamic, zero emissions, the slide has been moved about. Anyway, in Panama, General Stubblebein and I have created a farm and farm school for global information sharing. Albert Stubblebein und ich haben in Panama eine Schule eröffnet für umweltbewusste Landwirtschaft. That's the view from our farm, by the way. That's the view from our farm, by the way. So you're not the only people with mountains. Also, ihr seid nicht die Einzigen, die Berge habt. Now, we have projects in Africa, we have projects in Panama. I'm going to skip that. If you go to our website, which is globalhealthfreedom.org or naturalsolutions.org, you can learn lots more, or you can ask us. However, Auf den Webseiten globalhealthfreedom.org and naturalsolutions.org. Now, those, by the way, those two beautiful children were taken on our coffee farm, where we are creating techniques to share with farmers around the world to grow coffee in economical ways without any chemicals. Diese zwei Kinder, die Sie hier sehen auf dem Foto, kamen in einer Farm unter und es wird gearbeitet an neuen Methoden, um eben ohne toxische, giftige Stoffe Kaffee anzubauen und ähnliche Dinge anzubauen. I'm going to skip a lot of this information. It's really interesting to me. I hope it will be interesting to you, but we don't have time now. Wir haben im Moment leider keine Zeit, um auf die Details einzugehen. Details über die Projekte der Natural Solutions Stiftung. Here we have a man sitting beside small gardens. How many of you know that it is possible to raise enough food for a family of four in a one and a quarter meter by one and a quarter meter box of soil? Sie sehen hier diesen Mann neben diesen Pflanztöpfen stehen. War Ihnen bewusst, dass man eine vierköpfige Familie ernähren kann, mit einem Garten, der gerade mal einen Viertel auf einen Viertel Meter misst? Now, if you've got a family of 12 or 13, you'll need several of them. But that's okay. Jemand wie Ivo mit mehreren Kindern braucht natürlich mehrere Gärten. With almost no money and with very little effort, you can raise enough clean, sustainable food for your family in a corner of your apartment. Man kann in der Ecke von seiner Wohnung oder seinem Haus genügend Nahrungsmittel züchten, um eben die Familie zu ernähren. How's that for power? You, we, can do this together. That's step one. Raise your own food and we will show you how. Das ist der erste Schritt. Züchten Sie Ihre eigenen Nahrungsmittel. Und wir zeigen Ihnen auch, wie Sie das am besten machen. That's the first step. Don't eat contaminated food. Erst ist der erste Schritt. Essen Sie keine verseuchten Nahrungsmittel. Grow your own. Get together with neighbors. Grow lots for a small group or a larger group. Schließen Sie sich zusammen mit Ihren Nachbarn und bebauen mehr Flächen. Und es wird mehr und mehr vorgeschlagen werden, dass Gesetze eingeführt werden, die eben diesen Privatanbau von Nahrungsmitteln verbieten oder einschränken. Und Sie werden hören, dass es für Sie schlecht ist und dass das Essen nicht so ernähren ist und so weiter. Man wird euch allen dann erzählen, dass diese Privatangebauten Nahrungsmittel schlecht für uns sind und dass man das nicht tun sollte und die Medien, die Massenmedien, wenn natürlich dann das Gleiche nachplappern. They will come at us. Man kann sich auf Angriffe einstellen durch die Massenmedien in Bezug auf den privaten Anbau von Nahrungsmitteln. Das ist der eine Schritt, der Anbau von gesunden Nahrungsmitteln, der Informationsaustausch, damit wir endlich verstehen, worum es hier geht. Wir haben eine Sache hier in Europa, die es in den Vereinigten Staaten nicht gibt. Wir haben in Europa die Möglichkeit für ein Referendum über verschiedene Themen. Wenn eine Million Leute ein Dokument unterzeichnen, in dem es heißt, wir fordern, dass die Europäische Union das Thema komplett neu aufgreift. So we must create a petition demanding that the European Union, and this will change the world by the way, demanding that the European Union re-examine its participation in Codex. Wenn wir es schaffen, dass die Europäische Union ihre Teilnahme an Codex überdenkt. The European Food Supplements Directive, which guarantees undernutrition in the face of Codex-toxic foods. Wir müssen diese Direktive verhindern, die sich beschäftigt mit den Nahrungsmitteln und den Nahrungsergänzungsmitteln. The European medicinal herbal directive, which guarantees that you will not have access to the full range of herbal products, medicinal products that you need to have if you choose not to use drugs, needs to be re-examined. Es gibt eine weitere Direktive in der Europäischen Union. Diese Direktive möchte eben den Zugang der Leute einschränken und sogar stoppen zu Heilkräutern und anderen Substanzen. Also man will uns die Alternative wegnehmen zu den Medikamenten. Wir müssen die Europäische Union dazu zwingen, dass sie ihre Haltung überdenkt zu den ganzen Nahrungsmitteln und der Einstellung zu alternativen Heilmethoden. Und in the same way, in the same way, that we are the mainstream, there is nothing alternative about alternative medicine. Da wir eigentlich der Mainstream sind, sollte man eigentlich gar nicht den Begriff anwenden, Alternativen. Es dreht sich um gute Medizin, die leider noch von wenigen Leuten praktiziert wird. Die Schulmedizin mit all ihren Medikamenten ist die schlechte Randoption, die schlechte Alternative. Und die ganzen Medikamente aus der Schulmedizin, manche davon eignen sich hervorragend in der Notaufnahme, bei einer Wiederbelebung, aber ansonsten haben sie eigentlich keinen Platz. Um uns selbst und unsere Kinder zu schützen, müssen wir diesen politischen Prozess in Angriff nehmen und die notwendigen Änderungen herbeiführen. Wo können wir diese Petition unterschreiben? Ich bin froh, dass ihr die Frage stellt. Es gibt zwei Webseiten. Die erste Seite ist unsereinfokrieg.tv. Die erste Seite ist unsereinfokrieg.tv. Und jetzt möchte ich euch alle, dass ihr alle, in der Arbeit zu erinnern, für seine Arbeit zu erinnern, für seine Arbeit zu erinnern. Sein brav, entscheidend, vitalen wichtiges Arbeit. Applaus Ich möchte, dass ihr mir dankt für meine Arbeit. Applaus Applaus Wir werden zusammenarbeiten, um diese Petition zu starten. Und wenn wir diese Petition gestartet haben, werden wir dann darüber hinaus noch an weiteren Projekten zusammenarbeiten. Wir mit unseren Anwälten entdeckten eine Methode, in der jedes Land, sei es die Europäische Union oder andere Länder, sich von Codex abwenden können, ohne diese gefürchteten Handelssanktionen aufgebrummt zu bekommen. Wir nennen es einfach den Zweischrittprozess, diesen zweistufigen Vorgang in Bezug auf Codex. Und es ermöglicht, jeder Land in der Welt zu devieren, von dem Codex macht, wenn sie es folgen, den richtigen Schritt zu machen. Wenn jedes Land sich dazu entscheidet, sich von Codex abzuwenden, ist das auch möglich. Und wir werden das sharenieren. Wir haben ein Buch, gerade jetzt nur in Englisch, aber Alex, die nichts mehr zu tun hat, wird es in Englisch verwendet. By the way, volunteers sind essentiell. Volunteers sind essentiell. Es ist so viel zu tun. Wir brauchen alle Hilfe, in vielen Fähigkeiten. That book is available to show governments how to set aside Codex and move toward healthy and protective food policies. Unser Buch über Codex ist im Moment nur auf Englisch verfügbar, aber Alex wird das irgendwann in der nächsten Zeit übersetzen. Und ich möchte auch betonen, dass freiwillige Hilfe unglaublich wichtig ist. Also jeder kann seine Fähigkeiten, seine Zeit nutzen. Und auf die Art und Weise können wir eben dann dieses Ziel erreichen. Das erste ist die Entschlossenheit. Wir wollen die Entschlossenheit, unser eigenes Nahrungsmittel anzubauen. Und der nächste Schritt ist dann die Veränderung der politischen Richtlinien. Und das übergeordnete Ziel ist die Freiheit in Bezug Gesundheit. I'm looking to see what else is in my presentation. You will see a mouse warrior. You see the mouse warrior? Sie sehen hier eine Kampfmaus am Bildschirmrand. The Internet is our tool. Das Internet ist unser Werkzeug. Many of us don't have Internet in our homes. We have access to Internet in many different places. But the Internet spreads information the way nothing else does. Man kann mit dem Internet Informationen besser verbreiten als mit jedem anderen Medium. We're going to have to have people who volunteer to translate the material that we set out for their colleagues. Wir brauchen Freiwillige, die diese Arbeit übersetzen in verschiedenen Sprachen. This is all doable. Alles Ziele, die man erreichen kann. All of you are invited to become part of the Army. This is an Army that uses no bullets. This is an Army that does not kill. In fact, this is an Army for life, of life, and of love. And we need your freedom! We do. Danke. Thank you so much. Vielen Dank. Danke. 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 Ja. Danke. 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 Es erscheint wie ein Widerspruch. In einer normalen Verbraucherwirtschaft machen diese Handlungen oberflächlich betrachtet keinen Sinn. Sie sind gegen das Profitprinzip. Normalerweise will man, dass mehr Leute mehr Dinge kaufen und konsumieren. Ich sprach in meinem Vortrag über die Neo-Feudalisten. Wir bewegen uns zu auf eine neue Art der Wirtschaft. Die Wirtschaft, die wir seit unserer Kindheit kennen, befindet sich im Moment im Todeskampf. Das ist kein Zufall. Dieser Wirtschaftskollaps wurde vor langem bereits sehr, sehr aufwendig geplant. Die neue feudalistische Gesellschaft braucht keine Verbraucher mehr. Diese neue Gesellschaft des Neo-Feudalismus braucht drei Klassen an Bürgern. Ein wichtiges Element sind die Neo-Aristokraten, die Fürsten und Könige der Neuzeit. Die zweite Klasse sind die Sklaven, die Untergebenen, die Erfüllungsgehilfen. Und die dritte Klasse sind die Techniker, die Wissenschaftler. In der Philosophie des Neo-Feudalismus sollen diese drei Klassen zahlenmäßig nicht größer sein als 10% der jetzigen Bevölkerung. Ich habe eine meiner Patienten, es handelte sich dabei um einen herrschenden Monarchen. Und diese Person hat mir mitgeteilt, dass dieser Gedankengang, diese Philosophie, eben das ist, mit was diese Person aufgewachsen ist. The plan is underway. We have the power to stop it. I wanted to make one other point. And that was about what you were saying, John. In the United States, and you know that very often bad things come from the United States and spread to Europe and the rest of the world. In the United States, there was a law enacted, which was signed into law by the twice unelected President of the United States, George Bush. Es gab ein Gesetz, das unterzeichnet wurde von dem nicht legitimen Präsidenten, George W. Bush. Yes. That law is called the New Freedoms Initiative. Dieses Gesetz trägt den Namen Neue Freiheitsinitiative. The New Freedoms Initiative, signed into law in November 2004, says the following. In dem Gesetz, das im November 2004 unterzeichnet wurde, steht folgendes. It says every child in the United States, including unborn children, jedes Kind, also das Gesetz betrifft jedes Kind in den Vereinigten Staaten, darunter auch ungeborene Kinder, must be screened for mental illness. Jedes dieser Kinder muss geprüft werden auf geistige Beeinträchtigungen. Let me butt in there. This was a study done by the George Bush Institute for Mental Health in Texas. That's right. Which was built by Eli Lilly and Company. Diese neue Initiative wurde eben durchgesetzt von einer Organisation, die der Bush-Administration nahesteht und die auch Eli Lilly nahesteht. And one more thing. I attended a meeting in 2007 in Berlin. I was invited there by the members of the Green Party. And I was supposed to say something, I don't know what, but as soon as I started speaking, they cut me off. Sobald ich angefangen hatte zu reden, wurde mir das Mikro ausgeschaltet. Because there was a group of psychiatrists begging the government for money to perform exactly what Rima just said. And that's why I'm telling you, but there's more. Also die Psychiater, die Psychiater werden eben, also die wollen eben, dass mehr Geld bereitgestellt wird, um diese Dinge zu tun, über die eben geredet wurde. Das war das erste, jedes Kind, auch die Föten sollen getestet werden auf geistige Einschränkungen. Das zweite Element von dieser neuen Freiheitsinitiative ist Zwangstherapien für jedes Kind, das eine sogenannte geistige Beeinträchtigung hat, eine psychische Erkrankung hat. And step three, screen and treat on a mandatory basis every single person who has any contact with children because we have to protect the little dears. Auch jede Person, die Umgang hat mit solchen Kindern, die angeblich eine psychische Krankheit haben sollen, also diese betreuenden Personen, sollen ebenfalls geprüft werden. That means mothers, fathers, shopkeepers, schoolteachers, grandparents, neighbors. Von den Nachbarn über die Lehrer, über Kindergärtner, einfach alles Eltern. Everyone. Does that answer your question? So first we control, first we control and we make ill because every drug requires more drugs, which require more drugs and more drugs and then eventually we depopulate. Also erst wird die Kontrolle übernommen über die Medizin und dann kann man die Bevölkerung eben reduzieren. Ich möchte noch einen Punkt anfügen und zwar, Rima, you talked about John D. Rockefeller. Die Rockefeller-Familie, wie du vielleicht weißt, ist einer der Hauptanteilseigner der amerikanischen Zentralbank und anderen Zentralbanken auf dem Planeten. Also überleg dir gut, natürlich die Konzerne, die auf dieser Hierarchieebene weiter unten liegen, über diesen Konzernen stehen eben Familien und so Aristokraten, Königsfamilien. Und diese Familien, das Hauptziel ist nicht mal Geld, es geht vielmehr um Kontrolle. Also den Konzernen, die als Erfüllungsgehilfen dienen, denen geht es auf dieser unteren Ebene, damit sie ihre Aufgabe erfüllen, schon um Geld. Aber letztendlich, die Rockefellers brauchen nicht mehr Dollars, die Rockefellers drucken die Dollars. Also sie müssen nicht unbedingt Geld verdienen, sie können das Zeug auch drucken lassen. Wie momentan ja wieder, also mittlerweile wird ja wieder mehr Geld geschaffen als in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten. Thank you Alex, thank you very much. Is that okay with your question? Ja, it's, it gets more scaring and it gets to more relations than you ever thought. Vielen Dank. Vielen Dank.